Walo Lüönt war ein Schweizer Schauspieler. Er war vor allem bekannt durch seine Hauptrollen in den Filmen Delle Bachcari und die Schweizer Macher an der Seite von Emil Steinberger sowie die Rolle des Rodrigues in der ARD-Serie Auf Achse. Leben Walo Lüönt war der Sohn des Konditors Oswald Lüönt. Er ging in Zug zur Schule und erlernte von 1942 bis 1946 das Handwerk des Herrenschneiders. Am Bühnenstudio Zürich absolvierte er seine Schauspielausbildung. Erste Auftritte hatte er ab 1949 am Schauspielhaus und beim Cabaret Federal in Zürich. 1951, 52. kam er an das Theater Basel, 1952 bis 1954 wirkte er an den Münchner Kammerspielen und beim Bayerischen Staatsschauspiel. Von 1954 bis 1959 spielte er am Theater der Stadt Essen, von 1959 bis 1969 an der Freien Volksbühne Berlin, von 1972 bis 1977 wieder am Schauspielhaus Zürich und ab 1978 wieder am Theater Basel. An vielen anderen Bühnen gab er Gastspiele. Seit 1962 arbeitete er auch für Fernsehen und Film. Nach vielen kleinen Rollen in deutschen Produktionen profilierte er sich 1970 als Titelfigur in dem Außenseiterporträt Delle Bachcari. Eine weitere bedeutende Rolle übernahm er 1978 an der Seite von Emil Steinberger in der Einwandererkomödie Die Schweizer Macher. Er war seit 1957 mit der Schauspielerin Eva-Maria Bendig verheiratet und hatte zwei Söhne, Daniel und Oliver. Lüönd verbrachte die letzten Jahre seines Lebens im Kanton Tessin. Walo Lüönd wurde auf dem Gemeindefriedhof Schachen in Untersigenthal, Kanton Aargau beigesetzt. Auszeichnungen 1973, Zürcher Filmpreis Ehren Privalo 2002 für sein Lebenswerk.